Ja, ich muss ja auch nicht zu 100% da auf diese Farbschips, also auch im... Ich weiß, ich habe dasselbe schon gesagt, aber ich meine nicht nur von den Farben, sondern auch generell. Jede Form in der Bewegung verboten, das ist ein faszinierendes Ding. Hat mir das schon mal bestimmt, ne? Dann wegen den Schussdingern. Oh, shit. Ich habe mich da bewegt. Ich habe mich definitiv noch. Ich habe mir irgendwas getroffen. Ich glaube, ich habe mir noch ein Schießteil. Das stimmt aber so dumm, ne? Komm, wir haben dann die Goldie wieder voll. Ja, genau richtig. Ich glaube, das ist sogar der letzte Checkpoint. Ja. Ja, ist okay. Ist okay. Bin ich nicht mit zufrieden, aber ist okay. Ich bin gleich auf den Boss gespannt. Ich hoffe, das ist das Dreh-Ding, auch wenn das langsam wird. Schaden, Hauptwaffe, fern, nein. Ja, nehmen wir den Automaten. Also eine andere Sekundärwaffe wäre vielleicht noch ganz nett, wenn man sich die hier mitsnacken könnte. Drohenspringler, ja. Ist die Schüttelbombe. Ich hole das Dreh-Ding, auch wenn man sich die hier mitsnacken könnte. Ich hole das Dreh-Ding, auch wenn man sich die hier mitsnacken könnte. Die will ich nicht. Die Sprudelbombe. Einmal kann man, ja. Ja, wird sich bei der Waffe anbieten, aber will ich nicht. So. Oh, das reicht. Ja, auf den nächsten Datal warten wir ein harter Kampf. Da bitte vorsichtig, ihr zwei. Ich bin gespannt und tut nichts, weil es nicht outtun würde. Einfach nur blöd rumstehen und würde Sachen sagen. Ja, ja, schon klar. Komm nochmal, lass uns den Laden mal ein bisschen aufmischen. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin gespannt. Also einen Schlüssel haben wir ja schon, aber trotzdem, ne? Cool, Colossal. Wow. Mit der Waffe... Also mich stört es jetzt nicht, aber also mir ist das auch egal. Deswegen sage ich ja mit diesem Erkennen, welcher Boss da kommt, ist mir sowas komplett egal. Was, wir haben den Schlüssel kaputt? Oder macht jetzt gerade nichts so? Oder ist ja auch schwieriger jetzt. Also klar, wir machen mehr Schaden und alles. Das hat nicht die Seiten mitgetroffen. Okay. Phase 2. Wow. Jetzt wehtun. Wo ging? Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das hier ist mit der CD. Ich glaube, das habe ich schon beim letzten Boss gesagt. Dreckphase... Diese Zwischenphase, der Skippt, wie es aussieht. Oh, 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 oh. Moment, hat das Extraschaden? Oh, shit. Ulti wäre jetzt gut. Ich gehe auf die Lemminger. Alles direkt neues. Kacke. Beim Schubschiff. Und keine Gegner mehr, alles Spawn. Danke. Ich wollte volle Kanone da jetzt draufballern. Ach so. Okay. Dann hat der mir den weggeschossen. Ja gut, war ja trotzdem egal. Ne, weil, weil, wenn du in das Schwarze schießt, dann macht das mehr Schaden. So, als auf die Hülle. Der öffnet sich ja irgendwann und dann kann, ist der ja mehr Möglichkeiten. Und ja, ist halt scheiße, wenn Perla dann da voll, voll den wegschiebt und ich da nicht dran komme. Aha, gegen uns zwei stinkt jeder Boss ab. Ihr beide seid so cool, dass man glatt Angst vor euch bekommen konnte. Da hast du recht, Marina. Zum Glück stehen wir alle auf der selben Seite. Ja, ja. Noch. Drohend hinten, Mina. Ja, ich würde, glaube ich, den allein, obwohl, extrem Suchschwarm. Toi, Tasche. Ich nehme, glaube ich, den Automaten, weil wir haben so viele von den Dingern. Und das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ja. Kann ja ein bisschen gucken, was man so mitnimmt, ne? Ja, natürlich nur scheiße. Fehlt die Spezialanzeige beim Bewegen. Ja, es ist halt blau und die braucht das nicht. Nehmen wir die Perle mit. Reloaden. Drohend hinten, Mina. Haben wir Drohend Items. Ja, wir haben alles voll. Und ich glaube, die Bombe nehme ich noch mit. Wenn das vom Geld her reicht. Liste. Ja. Dann haben wir eine... Die ist besser. Die würde ich mehr benutzen. Halt mal da raufballern oder sowas, ne? So. Ausgezeichnet. Super Ausbeute. Ist jetzt halt nur blöd. Jetzt sind wir sehr früh fertig. Klicks Drohnenlader hätten wir voll. Heuboje wäre gut. Ja, es wäre geil wegen doppelt. Aber wir nehmen tatsächlich das auch wegen der Level. Weil das ist hier so ein Ausmallevel. Und das geht halt schnell. Dann hätten wir das auch voll. Ja, dann werden wir auf jeden Fall jeden Automaten jetzt mitnehmen. Weil... Oder? Na egal. Ihr werdet schon sehen. Wir werden da schon. Schau. Dann brauchen wir auch mehr. Wir sind nicht so viel und so. Ja. Also. Die Perler Drohne. Die wird so viel wieder wettmachen. Problem ist nur, dann haben wir irgendwann wieder so ein Bonuslevel. Wo... Das dann wieder heißt... Ja. Das war's. Wo es dann wieder heißt... Oh, keine Perler Drohne. Dann sind wir im Arsch. Dann sind wir im Arsch. So. Regeneration in... Ja. Nehmen wir das. Drohnen Instabomber kann man immer haben. Also ich glaube, am ratsamsten wäre jetzt nur noch irgendwie sowas mit, dass Perler schneller ballern kann. Und selbst das wäre egal. Au. Ich habe nicht gesehen, was für eine Art von Level das ist. Aber manchmal eine Frechheit, ne? Ja. Ja. Das Bier hat das auch nicht... Oh. Da waren beide direkt. Okay. Nehme ich an. Also nehme ich an. Nehme ich. Also nehme ich. Diesen Erfolg. Äh... Drohnen Instabombe, aber Gefahr. Aber dann hätten wir es auf volle Pulle. Drohnen Items hätten wir auch auf volle Pulle. Das ist extrem. Ich würde tatsächlich das nehmen, weil... Ähm... Ich habe keinen Bock auf das Level hier. Easy Entscheidung. Muss man ja auch mal so betrachten, ne? Wirbelansturm. Was war das jetzt für ein Level? Ach, das ist dunkel. Kugel? Bei Dunkelheit? Okay, wenn wir Glück haben, fliegt der direkt rüber. Und trifft. Satt. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo ich langlaufen muss. Ich meine, hier vorne kann die irgendwo hoch. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass da kein Gegner kommt in der Zeit. Easy. Ja gut, dass ich so ein bisschen im Kopf... Boah, guck, das will ich jetzt an. Und jetzt rote. Äh, dass ich so ein bisschen im Kopf hatte, wie die Ebene aussieht. Ähm, Lenkwirkung. Würde sich lohnen. Hauptverbrauch. Ich gamble auf noch einen Automaten. Also, wenn wir jetzt noch einen Automaten gleich kriegen, dann bin ich zufrieden. Hüpf. Ding. Das ist cool. Die sind einfach. Jetzt setze ich sie mal zu dem hier hin. Nur aufpassen, die sind tatsächlich schneller, als man denkt, mit den Teilen. Und stärker, als man denkt, mit den Teilen. Okay. Das war's. Das war's. War das 25? Müsste 25 gewesen sein, ne? Ja, geil. Ähm. Drohnenlader. Ja, hätten wir das voll schwierig. Ja, immer. Also, ich muss gleich auf jeden Fall nochmal durch die Paletten gucken, weil ich glaube, ich glaube, wir brauchen noch dieses mit den Items. Dann hätten wir das auch auf die höchste Stufe. Und ich merke halt, es ist sehr hilfreich. Äh, der geht noch aus. Da geht ja genau links. Äh, nach rechts. Boah, da können wir gleich mit einer, wenn wir Glück haben, mit einer Ulti aushelfen. Da geht's. Alter, die Drohne auch so. Das ist so egal. Könnte sogar reichen. Nee. Und die ganze Rüstung. Boah, das Aufnahmeprogramm ist so ein bisschen am rumschwabbeln. Ich hoffe, ich hoffe, dass... Also letztes Mal, wo sowas ein Problem war, dann hat trotzdem alles geklappt. Deswegen hoffe ich, dass ich sie auch... Den Sprenkler haben wir noch nicht voll. Ja, nehmen wir. Ist zwar scheiße, aber es ist nur ein Standard-Ding und die anderen sehen auch nicht besser aus. Ja, nehmen wir. Bei Sprenkler hilft mir auch gerade gut. Ja, dann hätten wir jetzt eigentlich auch alles durch. Also wie gesagt, ich hoffe auf noch einen Automaten. So, die letzten einfach nur Perlen holen und gucken. Also auf Ulti und auf Sekundär brauche ich jetzt nicht sitzen. Die Ebene ist jetzt auch nicht schwer. Junge. Die mag ich ja total die Toxie-Tinto, ne? Wie kannst du denn mal so ein bisschen da hoch schießen, dann warst du das auch, ne? Oh! Okay, ich bin gefangen. Bin hart gefangen. Ja, wollte gerade sagen. Okay. Dafür wäre gleich ein Ding auch nochmal gut. Wir starten direkt bei Stufe 2. Da haben wir immer dann so einen kleinen, ich sag jetzt mal Vorsprung. Ja. 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 Ja, direkt. Ja. Die Schutzschilder mitnehmen. Ja. 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 Ich seh gar nicht. Seh nix. Es passiert nix. Es passiert einfach zu viel. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Genau, da haben wir den Automaten. Wollte ich gar nicht gucken, was das andere ist. Da kriegen wir eh nur Perlen. Also geil wäre natürlich, wenn die Ebene danach auch ein Automat wäre. Aber das glaube ich nicht. Aber das wäre dann auch die letzte Ebene und dann machen wir irgendwas Einfaches. Hoffe ich. Äh, ja. Direkt brauche ich auch nicht drüber nachdenken. Einfach Versuch regenerieren. Perle holen. Ach. Zurücksetzen. Ich brauche jetzt auch nicht mehr gucken wegen den Alternativdingern. Perle holen. Der Viertelfünder. Ah, ich bin mit der Coolkugel eigentlich sehr zufrieden. Einfach ordentlich Perlen hier nochmal. Also wir brauchen auf jeden Fall, dass wir mehr Stärke haben. Ne. Das sollte eigentlich, ja, das ist das Letzte. Ne, das Coole wäre jetzt, wenn wir noch einen Automaten hätten, wir würden jetzt nochmal diese Memoline kriegen und wir würden, ähm, wir müssen nicht mehr kämpfen. Nur noch der Endboss. Sind wir sogar beim Endboss verreckt? Ich glaube nicht. Ja. Keine Frage, weil die Level sind scheiße. Äh, die ist auch nicht super, aber hm. Also das letzte Level ist halt auch immer so eine Sache, ne. Megaschwarm. Schutzlos. Kriegen wir schon hin. Boah, ich muss hier gleich so hart lüften, ne. War vorhin schon so warm wegen dem Computer. Ist einfach über 25 Grad, glaube ich heute. Und hier regnet das halt. Hier ist immer so warm. So nacheinander, ne. Warm und dann Regen halt. So, so, dann ist ein Tag Regen wieder total. Also es ist dann aber auch warm mit dem Regen, ne. Aber, ne, also diese, diese Schmühle ist halt wirklich immer Träger direkt, ey. Ich raste. Oh, shit. Na gut. Ja, aber gut. Dann kriegen wir den Boss gleich gut geplättet, will ich doch mal hoffen. So, mit CD mitnehmen, danke. So. 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 Ach, das war's schon. Ich dachte, jetzt geht nur mal ne Runde. Unter ne Minute. Aber wird wieder nur zwei Parts werden? Wer weiß. Wer weiß. So, komm. End Boss. Ordnuckel hat recht damit, dass die wilde Oktolinge in den letzten Jahren unheimliche Veränderungen durchgemacht hat. Ich kann verstehen, dass die Memoverse im Entwickler Probleme hat, sich anzupassen. Puh. Ich verstehe, wie schwierig das sein muss, wenn sich Leute verändern, die einem wichtig sind. Aber falls das Ergebnis vielleicht eine bessere Welt ist, alles super, ist doch eine spitze Sache. Jo, Nummer 8, was hältst du davon? Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Kann ich aber auch nachvollziehen, aber nicht so. Also, ich sag mal so, ich verstehe den Nachteil der Oktolinger nicht, weil die könnten ja weiterhin unter der Erde wohnen, so wie sie wollen, ne? Also, ihr Doofes, lasst mir, äh, ja, niemals nach. Wie oft wollt ihr euch noch zurückkommen? Du, äh, du plärst ja ganz schön laut ohne deine Schnuller. Weil ich gewinnen werde. Jawohl, ich werde nie, nie, niemals aufgeben. Eine Welt der Ordnung ist mein Lebenszweck. Ich kämpfe tausendmal gegen euch, weil das mein Traum ist. So. Du kämpfst für deinen Traum und dein Traum ist es zu kämpfen. Der Siebte ist mehrfach, mehrfach, was? Oktoling? Kommt, ist das immer was anderes? Ich stand auf der Siebte, oder nicht? Versiebte. Okay. Aber kann auch 7 sein? 7 mal 8? Ne. 7 mal 7? Keiner Sand. Die Rilchen macht echt nicht viel Schaden, aber dafür geht die Waffe klar. So. Wenn wir gut eigentlich Tint haben. Ja, das ist das Problem, ne? Dann Boden. Streuung wäre eigentlich nicht schlecht bei der Waffe. Wollte sagen. Was sind das für... Achso! Ich würde sagen, dass wir es dir nur verketten. Nicht könnten so... 2. Was ist der dritte? Ich glaube, in der Zeit fühlt sich die Rilchen nochmal auf. Ja. Fuck. Fuck. So, Phase 2. Ich mag das nicht, wenn er das dazwischen macht. Ja, Mann! Okay. Genau deswegen mag ich das, ne? Wie der da oben lungert. Ich schütze ihn aus, ne? Ich schütze ihn aus, ne? Eins. Oh, ich darf nicht, dass wir so eins kommen. Das mag ich auch. Null. Ich glaube, ich habe da vorne... Ja, Mann. Er tut schon wieder. Der Scheißangriff. Hör mal schön auf. Ja, ja. Ich habe so den Kahn gegriffen. Wir sind so sehr. Ich habe es in doppelt und dreifach. In vierfach. Es ist die Spawn. Okay, ist es nicht der, der ich dachte? Aber trotzdem schön. Auf den habe ich gerade gesetzt. Wenn Perla ein bisschen reinhaut, ne? So, das sollte rein. Ja. Wir haben es. Ach, schön. Gut, die Waffe ist auch erledigt. Weißt du was? Du siehst aus, als wäre dir die ganze Sache vollkommen piepe. Perla, was meinst du damit? Du schwingst Reden und erzählst von Träumen. Wünschst du den ganzen Blödsinn. Aber ist dir nicht klar, was du wirklich im Leben willst? Doch, schon. Ich will Ordnung. Will ich auf jeden Fall. Echt? Klingt mir ja nicht so überzeugend. Aber wenn du darauf bestehst, konfigurieren wir die Palette hier und lassen dich in Ruhe. Ah. Hm. Was da wohl am Ende passieren wird? Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Ich kann ja nur deuten. So, wir haben einen neuen Schlüssel. Ganz viele Perlen. Kriegen wir auch nochmal extra welche. Heute, denke ich mal, hoffe ich mal, will ich mal 319 schön beenden. Ja. Schlüssel. Und Ordnungsplättchen Replik halten. Hol die Waffe an. Junge. Wie oft denn noch? Junge. Junge. Was ist mit dir los? Vielleicht eine Pause, ehe du dich wieder rauf wagst. Jaja. Ich werde heute auch nicht nochmal einen Wand machen. Kann ich dir jetzt schon sagen. So, was kriegen wir? Letztes Death-Tagebuch. Das letzte Tagebuch-Einträge, Marina. Pah. Bah, ich kann nicht glauben, dass das alles gemacht hast, während wir auf Tournee waren. Wie, habe ich das nie gemerkt? Jetzt weißt du, wie du und Nummer 8 hier reingezogen sind. Es tut mir so leid. Blödsinn. Du hast doch alles getan, damit sich die Leute an ihr früheres Ich erinnern können. Ach, Perler. Danke. Das bedeutet mir wirklich viel. Ja, ich frage mich dann nur, was in den anderen Zweiten. Also im letzten ist ja eine Waffe. Das ist ja klar. Aber, also ich hätte jetzt mit Perlen gerechnet. Hm. Na, vielleicht werden wir noch überrascht. Wer weiß. So, hier haben wir ganz viele neue davon. Sehr schön. Guck mal, die haben wir jetzt alle. Ne, die fehlt noch, ne? Drohnen-Tint-Inferno. Ach, und die fehlt auch noch. Okay. Da fehlt auch noch das letzte. Joa. Und es fehlen auch generell noch ein paar Items. Aber, also ein paar. Davon haben wir noch gar nichts. Da haben wir auch ein neues punktuierendes Spikato. Deswegen. Es fehlen auch noch so ein paar Gegner, ne? Oder? Fehlt uns noch? Hier fehlt uns noch. Noch 82 besiegen. Ja, ich hasse die zu besiegen. 34. Aber das ergibt sich halt alles beim Spielen, ne? Auch der. Den haben wir aber auch echt wenig, ne? So. Diesmal nicht vergessen, uns das Bild dann zu zeigen. Morgen ist es soweit. Stürmische Reise ins Ordnungsland feiert einen Probelounge. Nummer 8 hat dazu bereit erklärt, unser erstes Testsubjekt zu werden. Wir haben das System allen möglichen Prüfungen unterzogen. Allerdings lässt sich das Bestehen unbekannter Risiken nie vollständig ausschließen. Trotzdem ist Nummer 8 Feuer und Flamme für die Sache. Ich bin so froh. Nummer 8 ist so unheimlich kompetent. Da wird das Erklimm des Turms sicher ein Kinderspiel sein. Hoffentlich sind die Erinnerungen von Nummer 8 bald wieder dort, wo sie hingehören. Ich drücke die Daumen. Perla steigt ebenfalls die Sache ein. Sie weiß anscheinend nicht so genau, worum es bei dem Projekt geht. Aber sie hat einfach Spaß in dem Mitmachen. Zusammen werden wir dafür sorgen, dass Nummer 8 sicher alles bewältigt. Nummer 8 wird erst der Anfang sein. Wenn alles gut läuft, werden bald alle Opfer von Kamabo Co. wieder ganz die Alten sein. Und der Vorgang wird ihnen sogar Spaß machen. Ich platze fällig vor Vorfreude. Keine Ahnung, wie ich diese Nacht überhaupt ein Auge tun kann. Aha. Das sieht aber nicht so seriös aus. Ich habe Angst. Aber naja, wir wissen ja alle, wie es weitergegangen ist. Und es sah nicht positiv aus. Ach guck mal, hier können wir sogar sehen, welche... Achso, ne, unsere Durchgänge. Okay, alles klar. Aber da könnten wir zum Beispiel sehen, was da noch fehlt. Guck mal, wir haben neue Gegenstände. Auch interessant. Ist das eigentlich waffenabhängig, oder? Wie viele Durchläufe? Ja, da müssen wir auch mal... Boah, 200 Stück. Ja, aber die werde ich zum Schluss... Also die werde ich definitiv mir holen. Aber die werde ich zum Schluss halt irgendwann mal so privat dann machen. So. Äh... Angriffsschaden. Ja, damit. Hab ich ja gesagt. Will ich hacken als nächstes. Und dann hätten wir auch alles, ne? 700. Könnte man dann nächstes Mal machen. Der Rest ist halt so... Ja, Rüstungsregeneration wäre ganz nett noch. Das habe ich jetzt gemerkt. War manchmal ein bisschen doof. Und mehr Rüstung auch. Aber ich würde, glaube ich, auf Angriffsschaden gehen. Und da werde ich mal gucken. Ja. Weil... Dann hätten wir das weg, ne? Und der Rest wird, glaube ich, nicht so unglaublich teuer werden. Hoffe ich. Und wenn doch, ich glaube, das letzte ist ja einfach nur das. Äh, nicht das. Entschuldigung, das. Das kostet 333. Und das ist ja auch noch im Rahmen. Und die beiden kosten ja auch nur 30. Und wir haben ja noch... Zwei, glaube ich, ne? Eins, zwei, drei. Drei. Ja, dann wird das garantiert. Und das wird klappen. Bis dahin. Danach. Und dann weiß man ja auch nicht. Da kommt ja wahrscheinlich noch eine. Ja, dann war das das mit heute mit Ruf zur Ordnung. Mal gucken, wann wir weitermachen. Auf jeden Fall auf YouTube hoffentlich am nächsten Tag. Und ja, vielen Dank fürs Zugucken. Daumen, Abo. Wisst ihr, kriegt ihr alles, kennt ihr alles. Würde ich mich freuen. Und dann sage ich mal, bis nächstes Mal. Auf Wiedersehen. Der Quiz zu sehen. Und tschaui. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.